Herzlich willkommen bei Gartenzeile, liebe Hortensienfreunde. Heute geht es weiter mit unserer Reihe über diese herrlichen Büsche, die derzeit eine Renaissance erleben. Deshalb haben wir uns dieses Thema gewidmet und schon viele hilfreiche Videos für euch erstellt. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Heute soll es um das Trocknen der Blütenstände gehen, denn diese sind außergewöhnlich. Durch die Farbe der Blüten, vor allem aber ihrer Größe und ihr Aussehen in der Form eines dicken Blütenballs, gelten sie als etwas Besonderes, was auch getrocknet seinen Charme hat. Viel Spaß beim Schauen! Die Hortensie ist ein Busch, der früher in jedem Garten zu finden war und der als einer der üblichen Bauerngärtenblühern schlechthin gilt. Und während in den letzten Jahrzehnten viele exotische und außergewöhnlich blühende Büsche der Hortensie den Rang abgelaufen hatten, kehren viele Gartenfreunde wieder zum Althergebrachten zurück und holen sich die Hortensien aus ihrer Vergessenheit. Auch viele jüngere Gärtner und solche, die einen eher modernen Garten anlegen, lieben die Hortensien. Da sie relativ pflegeleicht sind, ein wunderbares Blütenfeuerwerk entzünden können, aber nur wenige Dinge das Jahr über beachtet werden müssen, gelten die Hortensien als ein idealer Begleiter in Staudenbeeten, aber auch als sehr gute Heckenpflanze, wenngleich nicht immer grün ist. Eine Besonderheit gibt es allerdings bei der Hortensie. Die herrlichen Blütenstände sind als Dekoration im Herbst und Winter angesagt. Dazu müssen die üppigen Blütenstände zunächst getrocknet werden. Es gibt verschiedene Methoden, die du hierfür ausprobieren kannst. Nicht immer gelingt es gleich beim ersten Versuch, aber es lohnt sich. Das A und O für das richtige Trocknen ist der ideale Schnittzeitpunkt. Um eine besonders kräftige Färbung abzupassen, sollten die Hortensienblüten den Höhepunkt der Blüte leicht überschritten haben. Zu denen haben sie dann noch etwas Festigkeit. Zum Schneiden suchst du dir einen möglichst trockenen Tag aus, an dem du die Blüten in den Morgenstunden schneidest, und zwar mit etwa 20 cm Stiel daran. Bei einer Bauernhortensie solltest du Acht geben, da du nicht die Blütenansätze für das neue Gartenjahr abschneiden solltest. Zum Trocknen gibt es mehrere Varianten. Eine davon ist das Trockenwerden der Blüten in einer Vase. Dazu gibst du ein wenig Wasser in die Vase, stellst sie an einen luftigen und dunklen Platz. Wenn das Wasser verdunstet, beginnt die Blüte zu trocknen. Schließlich nehmen sie das Aussehen von Pergament an und sehen etwas zerknittert aus. Das dauert ungefähr eine Woche, wobei sie dann Stück für Stück ihre Farbe verlieren. Aber auch so sind sie eine tolle Dekoration. Eine Trocknungsmöglichkeit, die du vielleicht von Rosen kennst, ist das Trocknen, bei dem man die Blütenstänge kopfüber abhängt. So werden die Stiele fest und die Blütenköpfe knicken nicht ab. Dafür solltest du die Blätter von den Stielen entfernen und die einzelnen Blüten an einer Wäscheleine oder ähnlichem aufhängen. Ideal dafür ist ein dunkler, luftiger und trockener Ort vielleicht der Dachboden. Damit die Farbe der Blüten erhalten bleibt, gibt es Hilfsmittel zum Trocknen von Blumen. Glycerin ist in Apotheken oder Drogerien erhältlich. Eine Lösung aus Wasser und Glycerin im Verhältnis von 2 zu 1 fertigst du an, um die Blumen dann dort hineinzustellen, wie sonst in Wasser. Die Blütenstänge transportieren das Glycerin in die Blütenblätter, wo es in die Zellen eingelagert wird. Das enthaltene Wasser verdunstet, während das Glycerin erhalten bleibt und die Blüten konserviert. Anders als bei den zuvor genannten Trocknungsarten, bleibt die Farbe bei der Konservierung der Blumen mit diesen Methoden erhalten und das bis zu 2 Jahre lang. Sicher kennst du vom Kauf diverser Lederartikel oder anderer feuchtigkeitsempfindlicher Dinge die kleinen Tütchen mit Silizar-Gel. Diese sind ein Granulat, welches Feuchtigkeit anzieht. Da es auch in manchen Bastelgeschäften oder Drogerien erhältlich und ebenfalls zum Trockner Hortensien geeignet ist. Dazu bedeckst du den Boden eines Behälters, der etwas größer ist als die Hortensienblüte mit Silizar-Gel. Dann gibst du die Blüte darauf und füllst vorsichtig mit weiteren Granulat auf. Ist die Blüte vollständig bedeckt, wird der Behälter geschlossen. Nach etwa einer Woche ist die Blüte getrocknet, denn das Gel hat die Feuchtigkeit herausgezogen. Das Silizar-Gel kann zwar noch weitere Male verwendet werden, aber es ist dann eine relativ teure Methode. Preiswerter kann man es mit Waschpulver oder Katzenstreu versuchen. Hast du Hortensienblüten erfolgreich getrocknet, kannst du sie für eine bessere Haltbarkeit mit Haarspray bzw. Haarlack oder Sprühlack aus dem Baumarkt behandeln. Dann sind sie etwas stabiler und können sogar, wenn sie mit etwa Staub bedeckt werden, abgeschüttet oder abgeblasen werden. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und wünschen nun viel Spaß beim Ausprobieren und Erfolg beim Haltbarmachen der wunderschönen Blütenballen deiner Hortensien. Lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schau dir auch gerne unsere anderen Videos aus unserer Reihe über die Hortensien an, wie das Vermehren oder den richtigen Rückschnitt. Wenn du dich lieber in schriftlicher Form über Gartenthemen informierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.